landet einer bei mir ich habe einen one shot geschossen oben dann habe ich gefinisht kommt bei mir rein neben mir das gibt es ja nicht mann oh mann ich dachte mal oh mann hey kämpfe dich hier raus oder nimm das ziel ein der ist man schon ausgestiegen pass auf den snipe auf wo ist denn der penner hin unter mir irgendwo ist er der fliegt weiter habe ich auch glaube ich noch von woanders angeschlossen ist ich gehe mal ein bisschen ich gehe hin direkt jetzt ich komme mit hinter mir hinter uns haben wir sein und berg nein das im fluss schau du noch nach rechts am auto links vom auto und bin ich glaube dass der links war von uns hier vor uns auch nicht sehr schön der teamkollege von dem vor mir der schilder ja ja den rechten habe ich da war und du hast okay da habe ich den linken wieder ein habe ich kaum noch einer gesnipt mich hat einer gesnipt und der richtung wo ich schaue von der eines weg da außen weiter links war noch einer das ist nur noch zwei einzelne bleiben wir zusammen auf alle fälle er muss rüber außer hat ihnen so eine station wunderbar ich gehe vor der muss bestimmt hier irgendwo sein ich weiß mal einfach blend hat nichts getroffen ich habe auch nichts getroffen hier ist er rechts außen vor mir genau 12 uhr wo die zonen schon mal von links gehen ja gehen wir links er hat gesehen jawohl ramassan bernstark oh mann hey stark gespielt ollie das war eine super runde ja man das war echt geile runde so eine geile duo runde hat mich aber lang 6 das war ja 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 ja